Hallo, 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 what gate? Wir spielen heute wieder Gothic. Vielleicht kommt Mani noch dazu und dann spielen wir vielleicht noch irgendwie Entschrouded, aber mit Keaton. So, wie viel? Okay, und wir brauchen 300, okay. So, das ist die Karte. Wo ist denn das Sumpflager? Hm. Okay. So, wir sind... Awww. Okay, dann machen wir andere Sachen. Und so... Kedin-Plugins. Synchronisieren, Zyklus. Okay. Sklavenbrot, Sklavenbrot und Sklavenbrot. Ähm, dann suchen wir uns Gegner. Damit wir so ein bisschen vielleicht noch Level dazu bekommen. Okay. Okay, da vielleicht nicht. Das sind Wölfe. Äh... Wie viel RP haben wir eigentlich? Äh... Wie... Okay. Nació. Wie. ... Greift er nicht an? Doch jetzt. Okay, die sind ein bisschen hardcore. Lassen wir. Wo gehen wir dann? Dann laufen wir hier unten lang. Oh. Was ist hier oben? Was ist hier oben? Schade, schade, schade. Also werden wir in diese Richtung laufen. Hm? So. Was ist das für eine Höhle? Achso. Ey. Gucken wir mal da oben. Ey. Okay, Gilbert. Was machst du denn hier? Hab nicht oft Besuch hier oben. War ne gute Leistung von dir mein Versteck zu finden. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager. Hatte Ärger mit Gomez-Leuten. Ist aber schon ne Weile her. Schätze, jetzt grät kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Was machst du? Ich hab schon. Okay. Okay. Das Ding krieg ich nie auf. So. Dann gucken wir weiter hier oben. Was ist das denn hier oben? Verdammt. Was ist das? Was ist das? So. Dann gucken wir hier mal weiter. Da ist ein Ork-Lager. Oh. Oh Gott. Ach, bin ich dumm. Da sind Orks. Oh. Äh. Falscher Knopf gedrückt. Gehen. Oh. Wow. Die Thruen sind echt nicht super. Ah, okay. Laufen wir in die Richtung wieder. Verdammt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammt Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Verdammt Wie komme ich jetzt hier? Wie komme ich jetzt hier? Wie komme ich hier? Wie komme ich hier? Wie komme ich hier runter? Ok Locken wir die Orks. Wie kommen wir hier wieder weg? Wie kommen wir hier wieder weg? Okay, vielleicht kriegen wir das noch hin. Oh. 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 Ich war auf Erkundungstour und habe mich hier semi-eingeschlossen. Ich habe mich hier semi-eingeschlossen. Ich bin noch viel zu schwach, um da unten gegen die Orks und Orkhunde zu kämpfen. Also will ich wieder hier rauskommen und jetzt bin ich gerade abgestürzt. Also keine Ahnung, wie oft ich schon abgestürzt bin. Aber ich versuche es gerade hier irgendwie zu überleben, herauszukommen. Oh Gott, das war schon wieder falsch. Ja, ich bin nicht der beste Spieler. Äh, ich habe keinen Speicherstand da oben. Warte, wir versuchen das nochmal in die andere Richtung. Oh, nice. Gott sei Dank. So. Gott sei Dank. Ich, ähm, ja. Und, wie war die Gamescom? Frag nicht früh, ist, war es okay. Mittags zu voll. Naja, das glaube ich. Und sonst hattet ihr, äh, wenigstens Spaß. Das ist ja die wichtigste aller Fragen. Ich, ähm, ja. Oh, okay. So, jo, mein Fräuchchen wollte sie halt mal erleben und ich hab's ihr dann halt ermöglicht. War okay, Gamescom ist halt wie jede Messe. Okay. Hattet ihr vormittags denn Chance an einige Stände zu gehen oder war es da auch schon sehr viele Schlangen und so weiter oder hielt sich das in Grenzen? Weil ich hab immer das Gefühl irgendwie, ähm, egal welche Messe ich mir angucke, ein Video davon wird mir besser gefallen. Weil ich da einfach, äh, oder man bekommt natürlich bedeutend mehr mit, wenn du ein Video, Livestream, was auch immer siehst. Als wenn du da natürlich selbst dankläufst. Okay. 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 Ich habe mich mit THQ-Mitarbeitern unterhalten und die meinten, sie haben mich nicht mehr zu verhindern. Ich habe mich mit THQ-Mitarbeitern unterhalten und die meinten, sie haben mich nicht mehr zu verhindern. Wir haben den Antrag bei Gothic Remake nicht so brutal erwartet, wie es war. Ich glaube, das liegt auch sehr viel daran, dass du sehr viele Influencer hast, die genau in dieses Alter reinpassen. Es haben so viele Gothic gespielt von den Influencern, die ich kenne, dass ich denke mal, dass viele davon direkt die Infos weitergegeben haben. Also so zum Beispiel Hand of Blood. Und ja. Immerhin haben wir für zwei Flaschen Cola 05 11 Euro gezahlt. Für das Geld hätte ich in den Kasten bekommen. Also diese nicht spezifizierte Flasche hat 2,24 Euro gekostet. Ja. Verbraucherschutz gibt es weiter gar nicht. Ja. Ähm. Ich glaube, das kann man auch nicht erwarten, aber trotzdem, das ist schon eine Hardcore. Oh. Oh, immerhin haben wir zwei Promokarten von Locarno abgestaubt. Oh Gott. Also, da kann man nicht meckern mit den Promokarten. Da könnte ich mir was Schlimmeres vorstellen, muss ich ganz klar sagen. Aber das mit dem... Oh, was ist das? Ähm, was mich jetzt aber interessiert ist, wart ihr noch in der Merchhalle? Und wie ist die? Ich stelle mir das als Gaming-Person oder als Nerd, keine Ahnung, das völlige Paradise. Also, so stelle ich mir das vor, dass du da einfach alles kriegst. So, wie viel Glück sind die ein paar Jahre, ein paar tausend oder hunderte Euro wert? Ungeöffnet würde ich die behalten als Promokarten ungeöffnet? Oder sind es einfach nur Karten? Oder... Egal. Pack die in eine, äh... Plexiglas-Verpackung und stell die zur Seite. Gott sei Dank. Warenlose Karten, Gott sei Dank mit Hölle. Okay, dann würde ich jetzt noch einfach, ähm... Keine Ahnung. Diese... Höhlen kaufen. Äh... Diese großen. Sind schon im Ordner. Gut, so. Und dann in... 15 Jahren denkst du dir so, hm, was ist die denn wert? Und... Ein Familienhaus, wenn du Glück hast. Ah... Wer hat sie eventuell nächsten Monat graden lassen? Ja, auf jeden. Und dann ist die ja in der... Verpackung drinne. Merch. Geil. Ja, Merchhalle ist wie türkischer Bazaar. Es gibt alles und alles haben... Alle haben unterschiedliche Preise. Ja... Da musst du echt aufpassen, klar. Ähm... Ich glaube, ich müsste da wirklich sehr... Aufpassen. Ich glaube, ich würde mich da so... So viel Geld ausgeben, das wäre nicht mehr feierlich. Und dann irgendwie so... Tage später... Hm, das hättest du für... 10% des Preises auch da bekommen. In besserer Qualität. So ist meine Erfahrung mit... Äh... Messe. Oh, ich glaube, ich glaube, ich würde mich nicht mehr aufpassen, dass ich nicht mehr aufpassen, dass ich nicht mehr aufpassen kann. So, äh, gibt ganz viele Wichsvorlagen als Animefiguren, teilweise Sache, wo man es nur den Kopf schüttelt. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Ähm, lässt sich halt gut verkaufen, nehme ich an. So, GamesCon vor ein paar Jahren war einfach geiler. Da hat man wenigstens noch Steam Keys oder Game Pass abstammen können. Oder teilweise Merch mit einer Weile nichts mehr, wenn du nicht gerade ein Influencer bist. Ja. Ja, das hast du auch gefühlt bei zig anderen Veranstaltungen. Das ist echt schade. Ähm. Also das mag ich zum Beispiel dann bei, bei, äh, bei den Streams dann, dass du dann einfach echt entspannt das Ganze gucken kannst. Musst dir keinen Stress machen und das, was du für Ticket, äh, Essen, Trinken, Sprit, also Anfahrt und so weiter ausgegeben hast. Äh, das könntest du dann zum Beispiel einfach für Spiele und Merch ausgeben. Ich glaube, da sparst du dann auch nochmal ein bisschen was. So, haben bei THQ auch meinen Modderkarten spielen lassen, aber die konnten nichts machen. Die haben gelacht und fanden es cool, aber durften mich leider nicht bevorzugen. Ja. Schade, schade, schade. Du hast dir viel Zeit gelassen, Bruder. Da unten siehst du das Lager. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Korkalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Hey du. Schade, die Mod überschreibt teilweise meine Textur frech. Obwohl ich die Mod, äh, nicht die Mod, sondern dein, ähm, dein Mod später installiert habe. Also das, da dachte ich halt auch, okay, vielleicht, äh, damit sollte es funktionieren. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfer. Was führt dich her? Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unserer Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Wie sieht's im Lager? Alles ruhig. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Oh, nice. Ja. Das ist alt. Das ist, ähm, neu. Oder? Ja. Ja. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baner mit angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher. Ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Ich suche einen Platz zum Schlafen. In der Nähe des Alchemielabors gibt es eine freie Hütte. Ich kann dich hinführen, wenn du willst. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Chor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Baal Namib hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen. Jo, danke fürs Vorbeischauen und Berichten. Auf jeden Fall. Dir einen schönen Abend. Und danke nochmal. Und dann sieht man sich irgendwann mal wieder. Tschöriö. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein. Aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit zwei Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange zwei Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen. Aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Zeig mir den Weg. Wo willst du hin? Okay. Das lassen wir. Lass mich mal vorbei. Hi. Wo sollst du denn gehen? Wir bringen das Sekret der Minecrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Korkalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Okay. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Minecrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Wofür braucht Korkalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mithilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Ist ja ekelhaft. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Minecrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Habt ihr schon genug gelegt? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagd-Trupps Tag und Nacht im Einsatz. Lass mich mal vorbei. Okay, aber coole Infos. So. Novize, Novize. Novize, Novize, Juhu. Neu hier, was? Hast du schon unser Sumpfkord genossen? Das solltest du unbedingt tun. Es ist ziemlich gut. Es öffnet deinen Geist für die Worte des Schläfers. Schließ dich uns an und befreie deinen Geist. Mach dich bereit für eine Reise. Eine spirituelle Reise. Lass kommen wir in die Gemeinschaft der Erwarten und Erwecker. Teile mit uns deine Kraft, wie wir auch unsere Kraft mit dir teilen. Mach dich frei von Suche und Beginne zu finden. Entdecke die Wahrheit. Das alles kannst du erreichen, wenn du zu uns kommst. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Erst der Russall wählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Okay. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denke drüber nach. Was ist denn... Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Chor Kalom in seinem Alchemie-Labor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du ihn kontaktieren. Okay. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Oh, Maven. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin von der Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht zehnmal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich es aber nicht mehr. Wird ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Nice. Okay, dann gucken wir mal weiter. So. Zur gleichen Zeit machten sich die Novizen auf in die Lager, die Worte des Schläfers zu predigen. Seit der Gründung des Lagers fiel und zusammen versuchten sie durch Gebet und Mäden. Viele wollten seine Zeichen jedoch nicht sehen, weil sie von der Gier nach Erz geblendet waren. Sie arbeiteten ohne Unterlass. Tage, Wochen, Monate. Und das Lager wuchs heran. Mehr Männer kamen dazu, die dem Ruf des Schläfers gefolgt waren. Viele wollten seine Zeichen jedoch nicht sehen, weil sie von der Gier nach Erz geblendet waren. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Viel hat sich geändert. Sie arbeiteten ohne Unterlass. Tage, Wochen, Monate. Und das Lager wuchs heran. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass man hier dem zuhören muss, bis der einen anspricht. Der Schläfer erschien vor langer Zeit und gab den Menschen eine Vision. Mal gucken. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Viel hat sich geändert. Der Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger an diesen Ort. Hier ließen sie sich nieder. Zur gleichen Zeit machten sich die Novizen auf in die Lager, die Worte des Schläfers zu predigen, um mehr Ungläubige von der Wahrheit zu überzeugen. Die Visionen wurden deutlicher. Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. Der Schläfer erschien vor langer Zeit und gab den Menschen eine Vision. Einer der Gurus, ein Alchemist, fand einen Weg. Mit Hilfe eines Elixiers aus dem Sekret der Minecrawler, das die Brüder vor dem Gebet einnahmen, wurde es erstmalig möglich, die geistigen Kräfte zu vereinen. Und zusammen versuchten sie durch Gebet und Meditation, den Schläfer auf Spiegel zu erinnern. Mit Hilfe eines Elixiers aus dem Sekret der Minecrawlers, das die Brüder vor dem Gebet einnahmen, wurde es erstmalig möglich, die geistigen Kräfte zu vereinen. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Viel hat sich geändert. Okay. Zur gleichen Zeit machten sich die Novizen auf in die Lager, die Worte des Schläfers zu bringen. Templer, Templer. Das war doch schon vorher klar. Darion. Okay, den können wir nicht ansprechen. H-Log. Was hast du für mich? Hier. Nimm drei Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Nice. Ich will handeln. Was willst du... Was willst du... So... Okay. Okay, H-Log funktioniert nicht. Juru. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Mal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Läste helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen H-Log sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. So, dann gehen wir doch mal hier nach oben. So, und wieder runter. Hey du. Hi. Ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir fremter. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Berichte mir von den heiligen Worten des großen Schläfers. Er sagt uns, was wir tun müssen, um die Freiheit zu erlangen. Iberion sagt, der Schläfer wird uns den Weg mitteilen, sobald wir in der Lage sind, ihn zu hören. Er bereitet eine große Anrufung vor, in der er zusammen mit den besten Novizen mit dem Schläfer in Kontakt treten will. Kor Kalom unterstützt ihn dabei. Er ist Alchemist und braut Substanzen zusammen, die uns in einen schlafähnlichen Zustand versetzen. Nur in diesem Zustand oder wenn du schläfst, kannst du die Gedanken des Schläfers empfangen. Okay. Ich kann hier nicht weg, solange Balorun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss Gitter anwerden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemie-Labor von Kor Kalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Okay. So. What the fuck? Okay. Darf ich Lärmpunkte erhalten? Gornaru. Gornaru. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt störe mich nicht weiter. Ich muss dir... Okay. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie er sucht. Du siehst aus wie einer, der den wahren Trauben zog. Spürst du nicht das Feuer in dir? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen. Mit ihrem Blut und ihrem Leben. So, kann ich jetzt mit ihm sprechen? Hey du. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Da hat sich die Templer zum Kampf rüsten, sich hier Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen. Also störe mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ja, vielleicht. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die... Verlass dich auf jemanden und du wirst verlassen. Das ist... Oha. Oha. Jetzt musst du eh nichts machen. Das ist... Das ist normal. Das ist normal. Das ist normal. An der Geschichte, dann musst du wieder passen. Erst mal machen es. Und nicht so, jetzt wird es besser. Jetzt kannst du eh nichts machen. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Okay. Euer Tagebucheintrag. Allgemeine Infos. Ah. Okay. Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Schwing deinen Hintern. Versuch doch mal. So. So. Geschafft. Das wird dir noch leid tun. Lass mich mal vorbei. War ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Verdammter Mistkerl. Wieso misst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. So, und dann ab nach oben. Halt! Solange du keinen guten Grund hast, wirst du meinen Meister nicht bei der Arbeit stören. Okay, wieder nach unten. Okay, wieder nach unten. Ja, ich, ich versuch's so. Sorry. Du lernst schnell. Ist das hier besser oder hier oben? Es wird nicht zu heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Okay. Okay, ist das der Zauberer? Ja. Ja. Okay, hier darf ich nicht hin. So, hab ich Zauber. Ich habe hier so etwas keine Zeit. Ich habe hier so etwas keine Zeit. Da kann ich nicht, du hast es nicht gewusst. Ich habe hier so etwas keine Zeit. Ich habe hier so etwas keine Zeit. Okay. So. So. Das war's. Keine Schritte weiter. Das hier ist die Hütte von Korkalom. Solange er sich im Labor seinen Experimenten widmet, wird niemand einen Fuß da reinsetzen. Verschwinde oder du wirst ein... Okay. Sorry. ...und wurde weitergetragen. Nur Iberion und eine Handvoll anderer... Kannst du mich trainieren? Ehe mehr aus den Augen unwürdiger. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Gut, ich opfere meine Zeit nur... Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Seit der Gründung des Lades ist viel Zeit verletzt. Du solltest deinen Weg mit Bedacht wählen und nach reiflicher Überlegung bedenke, wie du entscheidest. In den anderen Lagern bekommst du zwar Schutz und Nahrung, aber ist es das, was du willst? Was erwartet mich, was es wert wäre, zu euch zu kommen? Ich könnte dir jetzt erzählen, dass die Templer einen unbezwinglichen Willen haben, dass die magische Macht der Guos, die Vorstellungskraft von Feuer und Wassermardien bei Weitem übersteigt. Dass unsere Nahrung auch satt macht. Aber das ist es nicht, was diese Gemeinschaft ausmacht. Was dich hier erwartet, ist die Gabe. Du wirst deinen Weg beschreiten, der dir sehr viel abverlangt. Aber das, was du erreichen wirst, ist eine Größe, eine Macht, die dir Erleuchtung schenkt. Eine Macht, die dich zur Freiheit führt. Ist es nicht das, was du willst? Freiheit? Also solltest du nicht die Frage stellen, warum du herkommen solltest. Die Frage ist vielmehr, warum solltest du nicht? Wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Die Templer trainieren täglich für den Kampf mit dem Schwert. Sie bilden die Wächter des Lagers und geben ihr Leben, um uns vor jeglichen Gefahren zu schützen. Das führt dazu, dass die meisten unserer Novizen ihre Kampffähigkeiten vernachlässigen. Es zählt zwar nicht zu ihren Aufgaben, dennoch sind wir eine Gemeinschaft. Und das bedeutet, sich selbst und andere im Kampf verteidigen zu können. Wenn du mir beweist, dass du die Grundlagen des Kampfers, egal ob mit dem Schwert oder dem Bogen, verstanden hast, werde ich dir helfen, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Und zusammen versuchten sie durch Gebet. Die Visionen wurden deutlicher. Ach, so. Viele wollten seine Zeichen jedoch nicht sehen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Die dringendsten Brauchen sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Will, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein Unterort davon. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hilft. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Ab. Okay. Okay. So. Gucken wir mal hier hinten. Ob wir in dieses Haus reinkommen. Oh. Was sind das für Leute? Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Riech mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von uns. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Okay. Das war gerade so ein Fall. Hm. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Du willst bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen. Ein paar Einfalzpinsel ausplündern, ein bisschen Erd sammeln. Was denkst du? Kannst du mir was beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen geschickt sein. Zeig mir den... Oh. Vielleicht spät. Lass uns... Das ist doch mal... Schon wieder eins. Geh Hilfe holen. Keine Zeit. Ich muss noch was erledigen. Okay. Ach Gott, was macht hier da oben? Ja. Verdammt. Hast du dich verlaufen? Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen. Also, sei vorsichtig. Ich suche jemand... Ich kann dir zeigen, wie du Schlösser knackst. Zeig mir... Vielleicht... Okay, ich muss mit Kavalon sprechen wahrscheinlich. Und mich interessiert da hinten, was da blinkt. So, speichern wir einmal eben und dann... will ich da eben hinlaufen. Oh oh. Oh. Oh 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 Gott. Ciao. Okay, das lassen wir mal. Oh oh oh. Novize, Novize. Aloha. Okay. Oh oh. Was ist das hier? Okay. So. So. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und... Deine Sache war halt nicht gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neue Sumpfkraut für sein Experiment. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet mit Beeten zum Schläper. Um Vergebung für dieses Sacrileg und nun geh. Okay. What the fuck? Hier musst du sehr besser. Das war keine Angst. Das ist eine schlimme Sammler. Und hier. Die Sumpfkraut ernte. Ah. Dann sollte ich zu Korkalom laufen. Laufen. Balorun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut. Dann muss ich nicht selber laufen. Hier nimm. Vergiss nicht zu wehren auf der anderen Seite. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha. Ich habe dich auf Ideen gebracht, hm? Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe halbe machen. Ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts. Klar? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. Haha, so läuft das nicht. Ich will 50 Erzvorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. 50 sind fair. Hier, nimm. Gut, hör zu. Sein Name ist Cypher. Du findest ihn meistens in der Kneipe auf dem See. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Okay, dann laufen wir jetzt noch auf die andere Seite. So? Körnchen. So below. So? Ist hier noch jemand? Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Okay, hier ist nichts. Andere Seite des Sumpfes. Okay. Okay. So, dann gucken wir auf anderen Seite. Oh, dort was. Okay. Das sieht hier irgendwie schlecht aus. Oh, da sind wir hier. Okay. Bal Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal Orun schickt mich und schwupps weg ist das ganze Kraut. Bal Orun schickt mich aber wirklich. Natürlich. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab ne bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Und, was soll ich machen? Ist nur ne Kleinigkeit. Die Arbeit ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Okay. 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 Ah. Ah. Okay. Warte mal eben. Nabbend. Ich weiß nicht. Das hier ist ein Sumpf. Der darf so aussehen. Das machen wir dann später. Oh Gott. Oh. Oh. Kornera, hilf mir. Ja, die Blutfliegen sind echt nicht einfach. Oh. 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 Oh, 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 oh. Okay, den kriegen wir down, hoffentlich. Uh, 400. Nice. Ach so, äh, ja, ich hatte bei Discord geschrieben und ich hatte auch eine, äh, noch eine Story bei Twitch reingehauen, äh, das heute, äh, gestern nicht stattgefunden hat. Ähm, ich war auf dem Geburtstag. Also, alles super, da gab's, geil, Pizza. Aber danke der Nachfrage, das freu ich mich. Äh, nee. Der von meiner Schwester. Ja, und gestern noch so ein paar Sachen erfahren auf der Arbeit, was richtig nervig ist. Äh, nächste Woche bin ich auf Dienstreise. Das heißt, äh, Mittwoch, äh, nee, ich mein, Montag kann ich noch streamen und dann bin ich für, bis Samstag nicht da. So, Höhlenpilze. Ui. Äh, nein, ähm, Azubi-Veranstaltung von den, äh, von der Firma. Da bin ich dann mit den Azubis unterwegs. Was ganz nice und lustig wird. Angeblich, ähm, soll es, äh, einen Abend, äh, Lasertag geben. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich hab noch nie Lasertag gespielt. Holzstamm. Holzstamm. muss ich noch nie sein. Um, 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 um. Oh ja, das wird schlimm. Ähm, ich glaube, ich werde da echt, äh, hochgenommen. Aber ich glaube, das wird auch ganz geil. Vor allem, wir sind, glaube ich, um die 50 Leute. Also, sind das vor allem auch genügend Leute für, äh, wie hast du es gleich noch? Ähm, 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 Laser-Tag, genau. Zeig mir, ich habe hier einen. Ja, danke schön. Aber wie gesagt, das ist dann nächste Woche irgendwann. Ähm, also, äh, Dienstagvormittag fahren wir los und Freitagabend kommen wir wieder. Interesse an Alten? Sicher? Ein paar. Ich muss weiter. Wir sehen uns. Lass mich vorbei. Nein. Garantiert nicht. Also, die, diese Peinlichkeit will ich allen ersche- baren. Ich war am Lachen. Und? Es gefällt ihm anscheinend. Hey, Mann! So? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Ich bräuchte mindestens 100. Was wäre... Was würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir da hingehen? Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du so weit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen hundern Erz für die Wachen. Hey, du! Was denn jetzt? Es ist eine mit nur 10. Wir sehen uns. Pass gut. So, bei Cavallon will ich noch Schleichen lernen. Und... Bei Diego... Hey, du! Kannst du... Ja! So, Stärke... 18. Deine Kampf kommt bald. Mach's gut. Okay, dann... Sprechen wir noch mit dem... Da oben... Für... Einhandwaffen. Ich weiß gerade nur nicht, wie der heißt. Naja, ähm... Oh. Skadi. Trainiert schon. Ein Handwaffe, zwei Leandpunkte. Okay. Dann machen wir das eher anders. Dann machen wir noch ein bisschen Stärke, ähm, Stärke und dann zu Kavalon. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So, Diego. Ja. Mach's gut. Okay, und jetzt zu Kavalon. Kavalon. Obwohl, wir könnten hier auch versuchen die Leute hier nochmal platt zu machen. So, wir sollen dir... Wow. So. Hier sind wir. Schön weit weg, wir sollen... Komm zurück, du Viking! Ein Kampf! Versuch das! Okay. Das lassen wir. Das machen wir dann später irgendwann mal. So, wo könnte denn Kavalon sein? Oh. Da lang. Hast du was zu essen für mich? Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Das haben mir meine Freunde in Korinis beigebracht. Die hatten mich echt gerne... Alter, ist sehr nervig. Ssshhhh! Sshhhh! Sshhhh! Da ist Kavanon. Okay. Gute Entscheidung. Wenn du tief nach unten gehst, hast du den Boden besser... ...aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort bemerkt. Also, beachte das, was ich dir... Nice. So, und wie... Äh... Tastatur... Schleichen. Ah? Okay. 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 Was ist das denn hier? Nice Okay Okay War doch klar, dass das gerade nicht ist Hat uns niemals noch was anderes Äh Ach, da war Altman Oh Ah, können wir bei ihm verkaufen Ne Oh Oh Oplens Oh Hm Oh 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 Okay Er ist Oh 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 Ah, war das dumm. Toll. Okay. Okay. Das Ding krieg ich nie auf. Okay. Die sind ein bisschen stärker. Die sind ein bisschen stärker. Okay. Das lassen wir auch. Aber dann könnten wir zu Cypher gehen. Und den Sachen rein drücken. Jetzt können wir Lefty eigentlich verprügeln. Ganz ruhig. Alles am. Hey du. Ich habe dir doch. Ich mag es. Alles am. Schade. Schade. Okay. Ah, dass die alle immer stärker sind als wir. Okay. 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 Wie sieht's aus? Wie ist das? 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 was willst du haben kein interesse kein interesse kein interesse was hast du die frage ist doch nur noch mehr ärger so Sachen ausprobieren indem ich das wieder eingeschaltet habe und den Curve optimiert habe drüberlaufen keine Chance ok und hast du deinen alten CPU eingebaut und was sagt der was ist doch angebekannt hey du zeig mir wie du wünschst ich hab die 400 Erz mach's gut mach's besser reicht das und bei euch aufgenommen Mordrak hat sich für dich du hast mir das Erz von Bali halt dich ran oh mach's gut mach's besser ok ok das kann ich auch verstehen kann es sein dass der weil du hattest erzählt dass du den CPU aus Versehen mit rausgezogen hast als du den Kühler abgebaut hast kann das sein dass vielleicht jetzt gerade der Anpressdruck nicht richtig genug ist und der einfach dahingehend fehlerhafte Ströme erhält ich verschwinde ich verschwinde langweiliger Kampf tut das nie wie ja es geht auch nicht um die Temperaturen hätte ich jetzt gesagt sondern wirklich der Anpressdruck äh Anpressdruck Lass dich auf jemanden und du bist verlassen dann sehen wir so hey du ich will bei euch mitmachen bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast wird um bist du besser bist wenn du einen Tipp willst wenn die Jungs hier werden und wie stelle ich das du musst die erfanden mhm ja ich weiß nicht also ich hätte vielleicht nochmal geguckt ob ich ähm also ich hätte ihn nochmal rausgenommen und dann wieder reingesetzt irgendwie so wahrscheinlich ja hattest du den den also ich ich wie gesagt ich hätte einfach einfach nur weil weil Computerscheiße sind ähm den nochmal ab rausgenommen und neu reingesetzt einfach nur why not das ist der einer der Gründe und der andere wäre ähm ähm hattest du äh mal geguckt wie es aussieht mit ähm 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 was dein Arbeitsspeicher sagt also also hast du deinen alten Arbeitsspeicher mal getestet das ist ist du wie ist es das ist das ist das ist Warum musst du das denn so sagen? Das ist doch kacke. Also genau das hätte ich nämlich jetzt auch noch getestet. Ob... Kacke. Also dann würde ich sagen, hast du wirklich einen Katastrophenschip bekommen. Also dann würde ich sagen, hast du wirklich einen Katastrophenschip. Also dann würde ich sagen, hast du wirklich einen Katastrophenschip. Aiden, helf mir. Oh. Oh. Treiber der CPU raus und Reboot. Dann muss der CPU einfach Grütze sein. Also ja, ich wäre dann jetzt auf der Linie von RMA, weil ich keine Lust mehr hätte. Welches Mainboard hast du gekauft für den CPU? Da sind jetzt etliche Stunden reingeflossen. Ja, das glaube ich. Ach, das ist... Echt nervig. Ähm... Hattest du... Warte mal. Das werde ich nämlich jetzt einmal nachgucken. Ja. 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 Und... Ja. 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 sag mal bei dem Mainboard, ne? Also, nur eine Vermutung. Okay. Ja, gut. Bei meinem geht es nämlich auch ohne. Deswegen. Okay. 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 Bei meinem Board taktet der automatisch runter. Deswegen wollte ich einfach mal nachfragen. Okay. Absoluter Bullcrap würde ich sagen. Der R kommt von L1. What the fuck? Okay. Der schiebt mir mehr Eros als ich haben will. Also, ja. Ist schon vernünftig, dass du den zurück schickst. Das geht dich das an. Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Ich überleg's mir. Komm wieder. Ich überleg's. Ich überleg's. Ich überleg's. Ich überleg's. Geh rüber zum Schmelzhof. Halte dort genügend. So stellst du Eisen her, den du dann weiterfährst. Wenn du später zweiellige Waffen schmiedest, musst du mehr Erzfahrt. Bevor du das Eisen schmieden kannst, muss es zum Grünen gebracht werden. Geh rüber. Lege das grühende Eisen auf den Ambusterbrüben, besorgt dir einen Schmied ab. Aber das Eisen ist noch zu weich. Du musst es herken. Der letzte Arbeitsschritt findet am Schleifstein statt. Hier wird die Klinge geschärft. Man kann aus einem Rohling natürlich auch andere Schwerter, extra oder Stumpfwaffen herstellen. So, so. Allerdings. Oh. Okay. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Und? 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 Das war's für heute. 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 Ich bin gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, was du herausfordern wirst. Dass die da immer Probleme mit dem Arbeitssprecher hatten. Ich bin so, ich an deiner Stelle wäre... Sly hat mir erzählt... Fingers sagt, du hättest was gelernt. Mit Dexter muss ich noch ein... Aber es gibt keine Re... Torus sagt so ein... Alles in allem... Mach's gut. Da kannst du eh nichts machen. Ich würde klar... Ich würde klar. Nein, lass mal stecken. Ich dachte, er hatte drauf, sonst wäre ich ja nicht auf den Single-Core-Boost gekommen. Ja, da hatte ich halt nichts zu gesagt, weil das hattest du ja offensichtlich gefunden. Und gerade anfänglich hatten das jetzt sehr, sehr viele Leute. Ja, das ist echt schade. Jetzt. Ja. Hey, du. Jetzt. Zeig mir der... Lass mich vor... Das ist doch klar, dass du sagst. Ja, ich drück dir da die Daumen, dass es einfach dann sofort funktioniert. Ja, das wäre auch noch etwas, woran ich denken musste. Würde ich eher als unwahrscheinlich ansehen, aber da der CPU stecken geblieben ist beim Abziehen, vielleicht ist da irgendwas kaputt gegangen. Man weiß es nicht, ne? Oder, dass es dieses... Seit fünf Jahren hat sich da nichts bewegt und jetzt ist da der Rost reingefallen. Und vielleicht war da einfach irgendwas zu fest oder so. Aber das sehe ich halt als eher geringere Wahrscheinlichkeit. Weil an diesen blöden CPU-Halter und so weiter hängt ja auch der gesamte Kühler mit dran. Also würde ich halt nicht davon ausgehen, dass du da was kaputt machen kannst. Hat an uns und gerade. Ja, ja, das meine ich halt, ne? Also die... Für mich wäre die Wahrscheinlichkeit halt auch sehr, sehr gering. Aber man weiß ja nie. Und selbst dann kann ich schauen, ob er mit dem alten Ramm spricht. Ja, das Ding kriege ich nie auf. Oh, Rohreisen. Nice. Hm, funktioniert nicht. So, abbezogen der... Also, selbst dann, wenn er auf den neuen Ramm trifft und aufsteigt... Aussteigt? Oh. Das wäre... Kacke. Aber du hast ja Mem-Test gemacht, oder? Das Einzige, was man vielleicht noch machen kann, ist... Du nimmst einen einzelnen Riegel... Und testest mal alle vier Slots durch. Und guckst, ob da vielleicht einer der Slots kaputt ist. Könnte auch aus irgendwelchen Gründen sein. Das sollte eigentlich auch... Völlig ausreichend sein. Ja, nee. Hast du denn alle vier Speicherbänke belegt? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So, das wär noch der wahrsten Sinne der Worte der letzte Strohhalm Heidu Was ich dann noch gesehen hatte war dass er bei irgendeinem hat die Resizable Bar Probleme gemacht Hattest du da mal drüber geguckt? Der Glaube ist gewachsen hat sich gefestigt und wurde weitergetragen Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen Das was hier erfährt keiner was Er hat Probleme das Ne ja und das hört sich irgendwas an mit der Power Stage Aber er hat so sonst keine Power Ja, das Einfachste wär natürlich jetzt noch ein zweites Board zu haben Um einfach zu testen Weil das ist ja jetzt wirklich einfach im Trieben Fischen Zeig mir den Weg Wo willst So, folge mir Mach Platz Ja, schick das Teil zurück Wahrscheinlich wird das beim Austausch sofort funktionieren Schau dich Wie bringe ich den Meister dazu mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will Nämlich? Pass auf Wenn wir beide das nächste Mal weichern sind Sprichst du mich an Und wir unterhalten uns ein bisschen Balnamib macht sich zur Zeit große Sorgen Weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer rieten Sondern auch noch zu ihren alten Göttern Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast Und jetzt nur noch den Schläfer anrufst Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat Und du sagst, du hattest eine Vision In der der Schläfer dich zu sich gerufen hat Das sollte sein Interesse wecken Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem Der Schläfer... Warte mal Hi Ich bin Cain Schüler von Coa Calom Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret Vor allem das Sekret braucht er drängen Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Miene Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen Sprich besser vorher mit einem der Templer Der Erfahrung hat Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Miene unterwegs Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus Er gestattet jedem, ihn anzusprechen Aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden Ich würde gern mit Coa Calom reden Kannst du mir dabei helfen? Wenn du zu Coa Calom willst Die Wache hat Anweisung, nur die vorzulassen Die alchemistische Substanzen bringen Oder von einem der Gurus geschickt worden Was für alchemistische Substanzen kann ich Calom bringen? Calom benötigt vor allem das Sekret der Mindcrawler Wenn du ihn genug davon beschaffst Wird dich die Wache sicher vorlassen Er braucht zwar auch Pflanzen und Beeren Die man zwischen den Lagern findet Aber die nimmt Fortuno unten an Wie bringe ich einen Guru dazu Dass er mich zu Calom schickt? Darüber kann dir Lester mehr erzählen Bis vor kurzem hat er noch für Coa Calom gearbeitet Wo sind Werte genau dementsprechend die CBO auch anzeigt? Hm Ach ich Ich würde Ich würde einfach Ja Wirklich Neu So Gesundheit 66 Oh Oh Nee Würde ich auch nicht Vor allem Dann kannst du den alten auch behalten Und Ähm 20% sind schon ordentlich was Halt Solange du keine Noch Er hat deswegen Also Kein Stress Der alte war schneller Selbst mein Laptop CPU ist schneller Und das ist eine H-Variante Mit 45 Watt TDP Ja Also Zeig mir den Wo Zurück Uh oh Oh nein Ich glaube Ich kriege gleich Ein Ausraster Das ist ein Ausraster Das ist nichts Ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Okay, also erstmal schön Frustrationsrubbeln gemacht. Ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Okay. 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 Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Okay. Ja. Ich glaube, ich hatte schon viel früher aufgegeben. Da kann man sich nicht drauf erlassen. Ich hätte das anders gemacht. Da kann man sich nicht drauf erlassen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe aber für mich zum Beispiel bei sowas entschieden. Ich gucke einfach, wie viel ist mir das Ganze wert. Also das sind so Level, die erreicht werden müssen. Und bei so einem Problem würde ich zum Beispiel auch erstmal ordentlich suchen. Aber wenn es dann anfängt, frustrierend zu werden, würde ich dann noch sagen, okay, hey, ich gucke jetzt noch eine Stunde, eine halbe Stunde, was auch immer und dann breche ich es ab. Also da entscheide ich dann, okay, würde ich jetzt die Zeit, die ich dafür genutzt habe, in Geld umwandeln? Ist mir das Ganze noch wert oder nutze ich eher die Zeit, um das Ganze zurückzuschicken, damit ich mein Geld wieder bekomme? So. Ja. Ja. Ja, trotzdem, trotzdem, trotzdem. Ähm, ja. Ja, ähm. Deswegen hätte ich wahrscheinlich auch früher aufgegeben. Einfach nur, damit ich dann den vernünftigen CPU habe und mir dann nicht frustriert den Tag kaputt mache. Ja, da wäre dann wirklich der, da würde ich halt, bevor ich das Ganze wegschicke, die alte CPU halt noch testen. Weil ich da keine Lust hätte, dann irgendwie mich zu freuen, dass was Neues da ist und dann funktioniert auch nicht. Oh, Wölfe. Ja, meine auch. Auch, mir wäre das auch, auch wenn die anderen Leute das so gesehen ja nicht mitbekommen. Also, das kriegt ja keiner mit, wenn ich das jetzt privat entscheide, dass ich den CPU zurückschicke. Aber mir wäre es trotzdem so unendlich unangenehm. Das Ding kriege ich nie auf. Oh. Uh oh. 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 Das Ding kriege ich nie auf. Was ist das? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Deswegen versenke ich da auch so viel Zeit rein. Ich glaube, ich würde aber vielleicht noch einen Kumpel oder so fragen, ob der noch ein M4 Board hat, womit ich zumindest den CPU einmal testen kann. Ich glaube, ich glaube, es ist ein M4 Board. Ich glaube, ich glaube, es ist ein M4 Board. Ich glaube, es ist ein M4 Board. Ich glaube, es ist ein M4 Board. Bluterz. Nice. 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 Okay. Nice. 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 G Sunshine. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, noch mehr Snapper Noch mehr Snapper Okay, hier ist Snapper-Territorium Lassen wir lieber Lassen wir uns auf die Seite Ha! Ha! So, ich will das jetzt nur für den Server, aber nicht einbauen, um einen defekten CPU zu testen, die mir dann das Board zerreißen kann. Abgesehen davon funktioniert der Shadow Ruler in Linux anders als bei Win. Ja. Ja, ich bin mir auch unsicher. Ha! 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 So. Mein altes Board gibt immer noch für freundliches Kleingeld von 200 Aufscheinungen bis zum Originalpreis von vor 5 Jahren. Ja. Ja. Da bin ich mir dann jetzt auch unsicher. Ha! 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 Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da... Ha! 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 Obviously ich hätte... ...einfach mal ein neues Betriebssystem getestet. Keine Panik, du hast gewonnen. Keine Zeit, ich muss noch etwas ermöglichen. Ja, aber wir sprechen immer noch von Windows, deswegen hätte ich einmal einen Testinstallation gemacht. Keine Panik, hast gewonnen. 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 Bleib hier, du Feigling. Äh, was ich mir... Das ist schwierig. Also, ich hätte vielleicht... Einfach nur testweise. Keine Zeit. Ich, äh, muss noch was erledigen. Weil dann wird ja auch... Äh... Der B.O.S.D. neu geschrieben. Und, ähm... Vielleicht auch der TPM. Da bin ich mir aber unsicher mit dem TPN. Ja. Also, ja. Man kann es halt schwer sagen. Das wären so die Sachen gewesen, die ich gemacht hätte. Ja. Wie gesagt. Ich hätte getestet. Hey, du. Was denn jetzt schon? Es ist eine Not mit Not 10. Wir sehen uns. Pass gut auf. Ist das wirklich wahr? Du Penner wolltest mehr sind. Hey Mann! Wir spielen beide dasselbe Spiel. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte. Hast du dir im Grunde selber zu... Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also... Frieden klingt gut. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich... Und ich hab schon die Dexter, Sly. Wie steht's mit meinem Ans? Ich hab mal mit dein Pa... Und? Und der war sehr gespannt, ob du Karim... Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Sly hat mir Fingers sagt. Dexter muss ich noch ein... Aber... Torus sagt... Alles in alle. Mach's gut. So. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. So. Ja, das hat er doch nicht behauptet. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Das ist wirklich... Das ist wirklich... Ich mag... Ich mag... Ich mag... Den kann man so... Ich mag... Den Mist lasse ich mir nicht antreten. Das ist wirklich... Ja... Mag hinkommen, aber... Wir sprechen von Windows und... Leider meine Erfahrung mit Windows. Deswegen mach ich so gut wie nie Dyssen. Da kann ich eher... Andere Sachen machen. Deswegen... Installiere ich die Sachen lieber neu. Und dann ist die Festplatte sauber. Und die Treiber werden sauber neu installiert. Und, und, und. Und ich hänge da nicht mit... Einer... Einem zurückgesetzten Betriebssystem rum, wo vielleicht noch irgendwas im Hintergrund... Eingegraben ist, was man nicht wegbekommt. Und, und... Und, und... Und, und... Und, und, und... Und, und... Und, und... Und, und, und... Und, und, und... 2 2 3 3 4 4 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, mir fehlt vier Wow Dann ist dann nach fünf Minuten Schluss Ohne Kurboost läuft er durch Tja Da fällt mir echt nichts zu mehr ein Ohne Kurboost läuft er durch Ohne Kurboost läuft er durch Ja Aber ich, wie gesagt, mir fällt nichts mehr ein, was ich noch machen würde. Ja, also, das Teil ist Schrott, fertig aus. Ah, shh. Das Ding krieg ich nie auf. Hm. Ich hatte auf B2 Stepping vertraut. Ich habe auf B2 Stepping vertraut. Jo, bis gleich. Das Ding kriege ich nie auf. Hey, du. Was denn jetzt? Es ist da mit Mut. Wir sehen uns. Passt gut. Das war's. So, dann können wir mal zu Rufford mal gucken, ob wir irgendwas dafür bekommen. Okay, die sind wahrscheinlich bei Aiden. Dann hier. Ich habe die Karte dabei. Nicht schlecht, jemanden wie dich könnten wir brauchen. Denk mir zu. So, was machen wir denn am geschicktesten? Schlösser knacken. Oder machen wir Stärke? Vielleicht machen wir Stärke. Habe ich denn noch so viel? Verdammt. Eigentlich müsste man da einen Taschendebstahl leeren, damit man sich das Gold holt. So. Zudem kommt das ja nie den vollen Takt erreicht bei knapp über war Schluss. Und was sagt die Temperatur? In dem Fall wahrscheinlich auch einfach nur... Peng. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das passiert ja nicht normal. Als ob ich nicht schu... Ich fordere... Was? Das könnte eigentlich auch nicht sein. Ich hätte eher gerechnet, dass der irgendwie bei... Ich fürchte von draußen kann ich nicht viel erzählen. 90. Na, was soll's. Hey, für zwei Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Skatty meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst... Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir... Lass mich mal durch! Ich hab schon wieder vergessen, welchen CPU ich hab. 5803 XD Okay. 58 Grad. Hm. Hm. Also so an sich... Ja. Bin ich auch der Meinung, dass der so reinhaut. Lass... Halt! Lass... Fall! Lass... Sowas! Ja... Ich bin. Das ist ein bisschen schritt. Ich muss dran sein. Ich bin. Ich bin. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ja... Ja... Das hätte ich dir wohl sagen können. Ich bin. Aber... So, dann. Mal sehen, wer da kämpft. Den kleinen Streit vergessen wir, okay? Verdammt. Auf, was haben wir sogar Max beim Auslesen. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir, keine Sorge. Ja, ich wollte gerade sagen, also deswegen, wirklich, ja, alles nur nicht den CPU benutzen. Mmmh. Schreie! Ja Also wie gesagt Musst du ja nicht Und nachdem was du alles getestet hast Würde ich die jetzt auch nicht Auf einem anderen Board testen Ich hätte es halt nur am Anfang Wenn ich in der Testphase wäre Hätte ich das halt so gemacht Aber wahrscheinlich auch erst nachdem ich Den alten CPU Im Motherboard Zum Laufen bekommen hätte Und der Ganz normal performt hätte wie vorher auch Ja Also ich drücke mal die Daumen Dass wenn du den alten CPU testest Das einfach sofort funktioniert Na wie sieht's aus Fick dich selber du Arschloch Ich kann's nicht leiden Wenn nicht irgendwelche dahergelaufenen Buddler voll quatschen Kannst es nochmal versuchen Wenn du es hier zu was gebracht hast Hm Ich drücke dir da wirklich die Daumen Kann ich da mal vor? Wir sehen uns Kann ich da mal vor? Bei dir Ich habe Oh Warum jagt? Wegen ihren Zangen Sie enthalten ein wertvolles Sekret Was für ein Sekret? Ein Gift Nur unser Guru Kor Kalom weiß Wie man daraus Tränke brauen kann Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer In der Bruderschaft Er kennt viele Geheimnisse Und kann die Gedanken anderer kontrollieren Zudem ist er der Alchemist Er braut Tränke Damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können Geh doch einfach mal ins Land Ich werde mal drüber nach Bis da Möge Okay Ich werde mal drüber nach 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 Dafür brauche ich den Schlüssel Ich werde mal drüber nach 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 Also, Peanut, was geht bei dir? Ja, auch den Abend genießen, ein bisschen entspannen, runterkommen und ja, sonst auch echt nicht viel von Arbeit gekommen und nichts gemacht und dann beim Streamen angefangen. Also, die ersten Tage nach dem Urlaub sind ja echt todesanstrengend, weil ich so keine Lust habe. Ich hätte jetzt viel lieber noch eine Woche Urlaub. Ah, das will ich. Ah, okay. Ja, Sport muss ich eigentlich auch mal wieder machen. Also, ich habe festgestellt, ich hätte noch eine Woche länger Urlaub gebraucht, weil erst letzte Woche, so Mittwoch, ja, Dienstag, Mittwoch hat es angefangen, dass man so richtig runter gekommen ist und entspannen konnte und, und, und. Und ja, das ging sehr schnell vorbei. Oh, krass. Okay, da weiß ich dann auch nicht, ob das nicht irgendwie too much für mich wäre. Also, äh, dass ich dann nicht wüsste, was ich tun soll. Aber... Für nächstes Jahr plane ich mir drei Wochen Urlaub ein und hoffe, dass das super funktioniert. So. So. Wahrscheinlich, aber... Die erste Woche war echt komisch. Sehr viel geschlafen und nicht so viel richtig gemacht und die zweite Woche war dann so, dass es langsam angefangen hat, äh, angefangen hat und dann habe ich damit angefangen zu sagen, okay, ich muss jetzt wieder früher ins Bett gehen, weil, äh, ich wieder arbeiten muss. Hallo, what's up? Ja, aber... Ja, aber... Weil, als ich krank war, habe ich das gemerkt, dass, äh, das doch ein bisschen viel war. Ich war anderthalb Monate krankgeschrieben und das, das hat sich dann doch echt bemerkbar gemacht. Ja, ich erinnere dich. Das macht einen auch kaputt. Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Kopf. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser... Ich mag es... Ja. K�chst, ich habe einen gewissen Spälen. Der wird aber auch nicht in der Hand. Ja. 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 Das Schlimmste war eigentlich, dass du da, äh, also ich konnte nicht richtig was machen, zwar viel zocken, aber, äh, dass man nichts machen konnte, das war ein bisschen nervig, also. Hier, wie heißt das, äh, dass du nicht mal eben mit dem Fahrrad oder Motorrad oder Auto wegfahren konntest, sondern echt die ganze Zeit zu Hause war es, das war ein bisschen nervig, aber sonst, war nice. Oh. Ja, zum Beispiel, ich muss, wenn ich, ähm, meine Eltern besuchen wollte, musste ich mit, ähm, mit meinen Eltern sprechen, ob die mich abholen kommen oder vorbeikommen wollen, oder ein Kumpel hat mich dann, äh, zu denen gefahren und mich später dann abgeholt oder mein Vater hat mich nach Hause gefahren. Oh. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, definitiv. Also, ich hatte zwar eine Schulter-OP, aber hier am Schreibtisch war das genau so ausgerichtet, dass ich die Schiene ablegen konnte auf die, auf der Armlehne, die niedrig war, und dann konnte ich mit dem Arsch die Maus bewegen. Also so, dass, dass ich spielen konnte. Das ging zum Glück super, also es war nicht den ganzen Tag nur Fernsehgucken, aber trotzdem ist es ja nochmal was komplett anderes. Ja, gebrochenes Handgelenk ist auch richtig kacke. Kann ich auch ein Lied von singen? Ich hab mir das, das Mondbein oder das Kahnbein im Handgelenk gebrochen. Das war nice. Aber, dann war es mit dem Zocken nicht so, das war kacke. Warum bist du jetzt nicht in der Mine? Ich war lang genug in der Mine und hab bis zum Umfallen geackert. Jetzt brauch ich erstmal ein paar Tage Ruhe. Ähm. Und das war damals, wo YouTube noch nicht so gut war. Also... War das echt kacke. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unsere... Kommt hier auch genug rein? Wo sollen die Jungs ihr Herz aus uns hinbringen? Knochen und Gelenk durch. Oh. Dann musst du zahlen. Du Ärmster. Ja, das hat er wirklich mal. Ich hab was anderes gehört. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Und was glaubst du, wie es war? Es war ein Trauerspiel. Erstplatz dieser Kerre ist rein die Waffe gezogen. Ich denk's auch. Hey du. Zeig doch, Gerard. Moment. Ich hab doch hier eine Quest. Valoruswaffe. Also, er will 5 Äpfel, 2 mal Reis. Hey du. Ich hab nur noch ein Problem bei der Sache. Der Kerl stand bei ihr im Schrank und hat alles mit angehört. Der Rest ist... Zeig mir dann die Wahrheit. Danke, Joan. Such dir was aus. Er hat auf die falschen Leute gehört. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Wahrscheinlich das Bereich. Könnt schon sein. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. So, was hab ich denn jetzt? Kannst du dir vorstellen, dass er alles lagert? Kein Wunder, dass er niemanden mit... Fünf Flaschen Bier, drei Leibe Brot, zwei Käse... Stücke... Ich frage ihn, wo er hin will. Er sagt, das geht mich einen feuchten Scheißdreck an. Der war auf dem Weg zum Versteck. Ich will was trinken. Dann muss... Verdammt noch mal, nein. Ich hab's dir schon tausendmal erklärt. Was soll die Fragerei? Langsam musst du's doch mal kapieren. Ich war zu der Zeit in der Miehe. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Mir fehlen zwei Äpfel. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Es wird immer so viel geschwälzt, aber keiner weiß was genau. Ja, da sind wir echt gespannt drauf. Ähm, 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 da wollten Manni und ich auf jeden Fall ordentlich rein daddeln. Und mal gucken, wie das ganze wird, da bin ich so gespannt drauf. So, well, I have an amazing idea made, if you don't mind. Äh, no, thank you, John. Ähm, I have told you many time I have... no money at the moment, and... I'm... currently not interested. So. Was ich mich richtig frage bei Satisfactory, was alles dazu gekommen ist und kommt, weil ich hab's echt lange nicht gespielt. Der hat auch keinen Äpfel. Verdammt. So, woher krieg ich jetzt Äpfel? Was ist denn das für ein Wetter, ey? Oh, die das Hemmohr verarbeitet. Nice. Ja, I knew, so... So, that's why I'm... I don't block you at the moment. But you... You asked me two... weeks ago, or three. So, that's the course. Lass mal, mit dem Kran kann ich nicht anfangen. Lass mal, mit dem Kran kann ich nicht anfangen. Okay. Lass mich mal durch. Okay, dann... ...fragen wir... ...und die Noten werden noch überarbeitet. Ähm... ...ja, aber ich kann nicht... ...ähm... ...pay for it, so... ...that's the problem. So, da ist... ...Sketty? Ne, Sharky. Ja, ja, und worauf ich gespannt bin, ich glaube, ich habe das letzte Mal Update... ...4, 5, 6 oder 7 gespielt. Ich glaube aber... ...5 oder 6. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Okay. Schürhaken. Eisenkeule. So. Uh, nice. Okay. Zeig mir deine Waren, wie du wünschst. Okay. Gibt es hier noch irgendjemanden, der... ...Händler ist? Uh, thank you, John. Hm. ...basta. Oh, da hat nichts. Mach's gut. Mach's besser. Dann hat sich echt was verändert. Ja, da bin ich echt gespannt drauf. Ich werde den Stream dann nebenbei schauen und... ...wenn Fragen sind, kann ich dann helfen. Also, ich habe so einige Sachen auch selbst schon geguckt gehabt, wie, ähm, die Streams von... ...I am Kibitz, die Video davon, ähm, und, und, und. Ja, aber ich habe aufgehört. Ja, ich habe ein kleines Upgrade gemacht, so... ...that's why the Panels are changed. So, kann man hier nur was kaufen? So. Was? Weil der Hauptgrund ist eigentlich, ich wollte keine, ähm, zu harten Spoilers haben. Oh Gott. Und deswegen habe ich irgendwann auch aufgehört, den dann, äh, weiterzugucken. Und habe dann nur mal geguckt, so... ...der hat dann irgendwelche Fun-Videos oder so rausgehaut. Die habe ich mir zum Teil dann noch angeguckt, aber... ...ich habe mir schon Mühe gegeben, nicht, äh, mich zu hart spoilern zu lassen. Also, ja, so, ja, so, ja, so, ja, so, ja. As you are a big streamer now, I think you design a Panels was... ...yeah, maybe, but I'm not a big streamer. Bring me by, wie man kämpft. Natürlich. Meine letzte Welt mit einem Kumpel hatte ca. 140 Stunden. Krass. Zwei Lernpunkte. Äh, no. I'm a little, small streamer with, at the moment, maybe, three, äh, between three and six people. They're actively looking, so, I'm, äh, tiny bitsy little streamer. ...yeah, so, also, mal gucken, wie das mit, äh, wie weit Mani und ich das mache. Oh Gott, Hilfe. Weil, oh Gott, nein, nein, ähm, wir müssen da halt mal gucken. Aber das Coole, äh, bei, bei Satisfactory ist halt, ja, wirklich, dass du dann sagen kannst, okay, ich gehe jetzt nach links in die Welt und produziere Eisenplatten. Oder, 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 oder. Und dann kann man sich da auch gut aufteilen, wenn man möchte oder zusammenspielen und dann sagt man, okay, hey, ähm, meine Aufgabe für heute ist, äh, ich baue eine Fabrik für Eisenplatten. Ich hole mir drei Nodes und produziere Eisenplatten für die Gesamtproduktion. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr eher zusammengearbeitet, äh, an, an, äh, Projekten oder gesagt, okay, hey, äh, so... Oh, oh. Hilfe. Äh, zusammen, okay, also, äh, ihr habt dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine Fabrik für Eisenplatten und dann habt ihr beide zusammen Eisenplatten gebaut. Ah, okay. Äh, so, well. Well, what if I design a panel with a theme of your heroes and took a dope, so what's your thoughts on it? Ah, ich hab mich meistens um Strumpen gekümmert und um die Bahnen. Ja, das ist halt auch eine coole Sache, dass man da einfach sagt, okay, ey, komm, ich mach das, du kannst gerne das machen, äh, und die Welt ist groß genug dafür. Ähm, Jordan, so... So, at the moment, no thank you, because I can't pay and I'm not sure at the moment what I need, so that's why I have some little things. Oops. Gibt es hier noch irgendwie einen Händler? Okay, ich muss weiter. Gibt es hier... Ich brauche doch nur noch Äpfel. Ah, you too. Bandits, Sweeney. Hey, du. So. Alter. Aber das war nicht so wie bei... Ähm, wie hieß das noch? Äh, noch so ein anderes... Oh Gott. Mir fällt der Name des Spiels gerade nicht ein. Ähm... War auch mit Fabriken. Äh... Warte. Warte. Wir müssen alle ab. Komm, wie hier... Nee, nicht faktorisch. Ich... Warte. Warte. Ich nehme einen Eingang. Ich nehme einen Eingang. Nein. Ähm... Ähm... Mh... Mh... Fountry. Hahaha. Hat das lange gedauert. Ähm... Bei Foundry... Ist zum Beispiel das Erz irgendwann leer gegangen. Oder... Das Öl ist leer gegangen. Ich habe... Das nicht mehr im Kopf, wie es bei... Äh... Sartis ist. Ich habe nur dunkle im Kopf. Ähm... Die Erzvorkommen haben... Einen gewissen maximalen Lieferwert. Ich sage jetzt mal... 720. Und... So viel produzieren die dann auch. Aber nicht... Ähm... Können die nur... Äh... Kriege ich da nur... Drei... Oh Gott. Hilfe. 3000 Erz raus und dann ist die... Leer. Oder... Kann ich da so lange drauf abbauen, bis... Ich keine Lust mehr habe. Die sind unendlich... Nice. Bei dir kann ich... Ich habe nur ein paar... Angst... Feuerball... Lieder. wontap του Sakten. Das ist die Sch stumpf, das... Schわか je Cucapa... Окlar. Ob S D � symptomatik. Einzu category 55 NOVjurs. Und was du ja noch sowas hast... Genau. Übertakten hatte ich auch noch im Kopf. Wasich halt, äh... Wirklich nicht mehr im Kopf hatte... War... Ob das wie halt... Bei Foundry ist. Ähm... Wegen der Bells, genau. Ah, da kann ja auch noch was passieren, dass man die Bells irgendwie übertakten kann oder dass dann die Space Station einem neue Bells runterschickt oder sowas. So. Ja, ich bin da echt hart gespannt. Das war nämlich etwas, was mir bei Foundry nicht so gut gefallen hat. Dass die Erzvorkommen irgendwann leer sind, außer du bist dann an der allerletzten Stufe, dann kannst du so große Erzvorkommen abbauen. Aber da hast du dann das Problem, wenn du Öl abbauen willst, dass das Öl irgendwann leer ist. Und dann musst du an eine neue Stelle und wieder Öl abbauen und das halt in so einem unendlichen Prozess. Und das war, hm. Gut, wenn ich ein paar Sachen besorge. Er will fünf Äpfel, zwei Flaschen Reisschnaps, fünf Flaschen Bier, drei Laibe Brot, zwei Käse. Also, mir fehlen zwei ganze Äpfel. Ah, okay. Ja. Also, ich hatte jetzt gesehen, die hatten mit irgendeinem Update das reingebracht, dass jetzt auch Flugzeuge Öl transportieren können. Das finde ich ganz cool. Wie geht es in der Näheỏ, das Porthin? Verdammt. Ja, aber das ist auch nicht nur ein Dilemma, sondern hat auch einen großen Vorteil. Also ich an deiner Stelle würde ja immer ein bisschen 40k zocken und dann Satisfactory, weil das willst du ja auch spielen und dann immer hin und her switchen, weil dann werden beide Spiele nicht zu langweilig auf Dauer. Ja. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht mehr jetzt. Ja, das sind die Berge da lieber raus. Ja, ich glaube, das ist die Berge da. Hm, okay. Ja, ich kenne das. Also ich habe eher das Problem zum Teil, dass ich dann solche Spiele dann völlig überspiele und dann total das Problem habe. Und was glaubst du, wie es war? Es war ein Trauerspiel. Erst glatt, dieser Kerl rein die Waffe gezogen. Stinksau. Hier. Zeig mir, was du hast. Hier. Oh, der hat echt nix. Da hab ich ihn gefa- Ich will was. Dann musst du. Man darf auch da alles glauben, was du hast. Was ist das für'n Sch- Ich frage ihn, wo er hin will. Er sagt... Oh Gott. Also mein schlimmstes Spiel ist... Ey, wieso? Ähm... Ich glaube, Skyrim. Mit knappen... 800 Stunden oder so. Das Ding kriege ich nie aus. Aber, verdammt. Aber... Ähm... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ring der Lebenskraft. Hm, nice. Das passiert nicht noch mal. Als ob ich nicht schon mit Problemen hätte. Dann rabbitsắm, richtig? Ich glaube, okay. Wir fahren vor... Ich finde mich also vertigo, wie es dir nicht vertrend ist. Bauen, um etwas zö어를 diese- Ha потому, wie etwas zu� Gianه Boyd enjoyed. Nein, es ist alles komplett zuSee? encore Geldный so... Oh. Achtung. So. Hm. Hm. Was zum Teufel machst du hier? Ah, wieso kann ich denn keine Waffe... Schau... Ah, ein Kampf! Ah, ein Kampf! Noch einmal und du kannst... Verdammt! Okay, dann lassen wir das! Ah, ich glaube ich habe etwas gefunden! 25 Erz ist schon mal gut! Das Ding kriege ich nie auf! Das Ding kriege ich nicht! 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 Das Ding ist all auf Rekord! Ich habe sehr viel auch offline gespielt! Weil ich das auf dem Laptop gespielt habe! Unterwegs! Und ja... Also keine Ahnung! Ich habe glaube ich... Ich würde schon fast sagen... 1000 Stunden plus da drin oder so! Aber... Ach... Ich kann es halt nicht genau sagen! Wieviel habe ich hier... Ja... Das geht sogar noch alles! Das geht sogar noch alles! Naja... Naja... Aber man muss auch dazu sagen... Ich... Äh... Spiel nicht nur auf dem PC! Und ich glaube das schlimmste Spiel... Was ich leider nicht nachweisen kann... Was ein bisschen sehr schade ist... Ist... Äh... Minecraft! Und ich glaube... WoW ist auch irgendwo... Mit dabei! Hey! kinda... Es geht auch locker! Ich habe die... Beta gespielt Als ich Wie alt war Oh, wann Ich weiß nicht mehr, wann die Beta von WoW war WoW Fürst Beta Ja, irgendwie 2007, 2008 3. Juli 2008 Habe ich angefangen Und dann immer Nebenbei gespielt Mit meinem Bruder zusammengespielt Und ja, dann War das dann irgendwann so ein Spiel, was Ich sag jetzt mal Wenn nichts interessantes rauskam Und ich Langeweile hatte Und keinen Bock auf Minecraft zum Beispiel Dann habe ich WoW gespielt Oh, fuck Na, das war eigentlich immer ganz cool Weil Ich eigentlich das eher so als Singleplayer-Game mit Kleinen Multiplayer-Elementen gespielt habe Und habe dann mehr die Story Gespielt und mir Wie heißt das gleich noch Auch so Add-ons und so weiter gezogen habe Die das mehr zu einem Singleplayer-Game gemacht haben Das war eigentlich Ganz nice Ja Wem sagst du das? Oder Was halt auch nice war Oder auch ist Glaube ich immer noch Ich habe Erze gefarmt Und nebenbei Eine Serie geguckt Ah, der hat auch Kein Äpfel mehr Der hat auch Kein Äpfel mehr Verdammt Ja Also Das war ganz viel Auch einfach nur damit Du ein bisschen was zu tun hast Und dann Nebenbei lief es dann Verdammt War nicht besonders schnau Der letzte Scheiß Ja und sonst Äh Kann ich verstehen Auf jeden Fall Ich habe Ganz viel Äh Also ich Ich mag Shooter auch eher Richtung Story-Game Sowas wie Ähm Hier Wie heißt das gleich noch Äh Call of Duty Singleplayer Half-Life Ähm Was geht da Also ne Diese ganzen Singleplayer-Titel Multiplayer war Dann nicht mein Fall Und ist auch nach wie vor Nicht mein Fall Sowas wie Counter-Strike Und 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 Das ähm Ne Das muss ich mir nicht antun Ich hab Keine Ahnung Hey du Was denn Es mit Mutzi Wir sehen Was gut Ich würde Klar Was suchst Oh er hat nen Apfel Nein Lass mal stecken Jetzt fehlt uns nur noch Ein Apfel So Da könnten wir da nochmal gucken Ob die Äpfel hatten Haben Also Metro Die Reihe Fand ich Absolut genial Ich kann da nur empfehlen Die Äh Redux Teile zu spielen Ist Absolut genial Ähm Auch grafisch Auch noch heutzutage Finde ich Sind die absolut genial Ähm Doom Eternal Hat mich irgendwie verloren Aber die normalen Dooms waren Cool Also das 2016er Äh Ja Nice Dann Hast du genau die Richtigen Metro Teile Die man spielen kann Exodus Genau Exodus ist ja der letzte Teil Der dritte Teil glaube ich Aber Redux Ist Ähm Das Äh Die grafische Wiederaufarbeitung Genau Und Sowas finde ich halt auch absolut geil Und ich freue mich schon tierisch auf Äh Stalker 2 Weil Stalker 1 Habe ich so Tot gesuchtet Ich bin falsch gelaufen Ich bin falsch gelaufen Aber Ähm Das kann man auf jeden Fall spielen Also Stalker hat Unglaublich Spaß gemacht Muss ich sagen Oh ja Oh ja Crysis habe ich auch 1 und 2 gespielt Glaube ich Ja Grafik Wie du siehst Gothic Ähm Ich finde es nur cool Wenn man damit mit Mods noch ein bisschen was machen kann Und so weiter Also das versuche ich dann immer Aber Grafisch ist mir das dann auch egal Das einzige wo wirklich bei mir das dann jetzt eher reinhauen würde Wäre Ähm Wäre Wenn Gothic aktiv auf 25 oder 30 FPS gecappt wäre Und du das auch richtig merkst Hups Das wird mich eher triggern Aber das habe ich jetzt auf 144 Hertz eingestellt Also dort rennt schon Also das Problem hatte ich zum Beispiel mit Ähm Bloodborne Das hat mich einfach gekillt Im wahrsten Sinne des Wortes Ich bin da auch öfters bei gestorben Einfach nur weil die Das FPS Game nicht geil war Und ähm Aber wie heißt das hier New Horizon oder Horizon Zero Dawn Das äh Da war das auch Dass mich das auf dem Auf der Playstation echt nicht gut gefallen hat Und äh Vor allem FPS technisch Dann habe ich es auf dem PC gespielt Und da habe ich es Äh komplett durchgespielt Also da bin ich dann eher Anfällig für Ich glaube kaum Dass ich da war Ich glaube kaum Und dann häwszy Und da habe ich es Ich bin dran Du kannst dorthin ution Du kannst cuando ich In ideas Und dann Dann Willst du Die Ja Und Und horn Ja Wir Oh Gott. Also ich habe jetzt einen Ich habe zwei, einen 32 Zoller, einen 27 Zoller. Auch beide 144 Hertz. Und die Hertzzahl brauche ich eigentlich nicht, aber dass der so hoch variieren kann. Ist richtig nice. Ja, das kann ich auch verstehen. Da würde ich mir halt auch die Mühe machen und darauf achten, dass sie auch das gleiche Produktionsdatum zum Beispiel haben. Damit ich ein gleiches Bildverhältnis habe. Ja, das ist das 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 wird Womit dann? Hey du. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. So. Äh ja. Kann ich verstehen. Verlass dich auf jemanden und du bist. Wenn wir's Poitier verletzen. Wie viele Z Pollack? Äh ja. Ja. Das einzige wirklich was geil ist, ist wenn du Downsampling noch anhast. Das ist nice. Oh. 25 plus 5. Nice. Oh. Ne. Also. Es muss 60 FPS sein und dann muss die Auflösung besser werden. Das ist es bei mir. Oh Gott. Gut. So. Aber ich muss mich leider verabschieden. Ähm. Ich muss morgen wieder um 6 auf... Ne. Um 7. Viertel nach 7 auf Arbeit sein. Und... Ja. Ich muss mich jetzt hinhauen. Ich merke schon, dass ich völlig wegdrifte. Und... Ja. Deswegen werde ich mich jetzt hinhauen. Ja. Sei froh. Ich nicht. Ich muss arbeiten. Haha. Ne. Genau. Aber ich werde mich jetzt hinhauen. Ähm. Ich wünsche dann noch einen angenehmen Abend. Und... Ne gute Nacht später und einen schönen Abend noch. Und dann hört man sich die Tage wieder. Ähm. Morgen wieder 18 Uhr. Und dann mal gucken. Vielleicht Donnerstag dann wieder mit Mani zusammen. Irgendwas. Äh. Wie... Ähm. Ah. Wie heißt das gleich noch? Entschroudet auf jeden Fall. Und dann... Ja. Mal gucken. Also. Jutz Nechtle. Danke fürs dabei sein. Und... Bis morgen dann. Tschürio. Und auf Wiedersehen. Bis Brokkoli. Bis Tschüsseldorf. Ciao. Ciao.